Hypothesis ist eine Software, mit deren Hilfe man gemeinsam Texte lesen und diskutieren kann. Auch wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich dafür immer in einem Raum zu treffen. Hypothesis ist frei und kostenlos und läuft in allen modernen Browsern. Alles, was man zunächst braucht, ist ein Benutzeraccount. Ein Benutzeraccount bei Hypothesis zu registrieren, ist sehr einfach. Auf der Startseite klicken Sie zunächst auf den Button Get Started. Auf der folgenden Seite klicken Sie auf Create a Free Account. Geben Sie einen Benutzernamen ein, der für Sie Sinn macht und füllen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Dann denken Sie sich noch ein möglichst sicheres Passwort aus, notieren dieses und lesen die Privacy Policy, also die Datenschutzbedingungen, die Nutzer- und Nutzerinnen-Bedingungen und die Community Guidelines durch. Schließen Sie den Vorgang ab mit einem Klick auf diese Checkbox und einem abschließenden Klick auf diesen Button. Checken Sie anschließend Ihre Mail, um den neuen Benutzeraccount zu aktivieren. Nach der Anmeldung sind die Funktionen von Hypothesis sofort für jeden benutzbar und das gemeinsame Lesen und Diskutieren kann beginnen. Ich möchte in diesem Video die Grundlagen dafür zeigen. Um mit Hypothesis zu arbeiten, müssen Sie sich zunächst einloggen. Das tun Sie von der Startseite aus über den Link Login. Auf der folgenden Seite geben Sie Ihren Benutzernamen ein sowie Ihr Passwort und klicken anschließend auf Login. Wenn es sich um einen neuen Benutzeraccount handelt, sehen Sie auf der Startseite zunächst einige Empfehlungen, wie Sie anfangen können mit Hypothesis zu arbeiten. Ich möchte das abkürzen und Ihnen kurz an einem Beispiel das Prinzip erklären. Alle weiteren Recherchen, wie Sie damit arbeiten, können Sie anschließend unternehmen. Angenommen, Sie möchten eine Diskussion zu einem Text starten, der frei im Internet verfügbar ist. Das kann ein PDF sein oder eine Webseite. Oder Sie möchten an einer Diskussion teilnehmen, die dort auf diesem Text schon stattgefunden hat. Dann brauchen Sie die URL dieses Textes. Ich habe eine vorbereitet, dieser Text beispielsweise von der Bundeszentrale für politische Bildung. Hat eine URL, die ich mit Rechtsklick, also Markieren, Rechtsklick, Kopieren in die Zwischenablage übernehme, um dann vom Dashboard von Hypothesis aus die Annotation zu starten. Klicken Sie von diesem Dashboard aus auf das Logo von Hypothesis. Sie gelangen dann zurück zur Homepage und klicken Sie dort auf Paste a Link. Fügen Sie dann mit Rechtsklick zum Beispiel Einfügen den Link, den Sie gerade in die Zwischenablage kopiert haben, in dieses Formularfeld ein und klicken Sie auf Annotate. Der Text, den Sie gerade gesehen haben, lädt erneut mit einem Unterschied, dass Sie nun auf der rechten Seite ein kleines Paneel zum Ausfahren haben, in dem sich nun die Diskussion führen lässt über diesen Text. Es kann vorkommen, wie auch hier in diesem Fall, dass der Zustand des Logins nicht übernommen wurde. Die Gründe dafür sind mir nicht ganz klar. Oftmals reicht ein erneuter Klick auf Login, um das hier nochmal anzunehmen. Er scheint sich um einen Fehler zu handeln, der möglicherweise noch behoben wird. Da es sich um einen neuen Benutzeraccount handelt, sehen Sie auch hier einige Tipps und die sind durchaus sehr wertvoll, denn es werden Ihnen einige Icons erklärt, die Sie im folgenden, also in meiner Demonstration jetzt wiedersehen werden. Sie möchten zu diesem Text eine Frage formulieren oder einen Gedanken äußern. Um das zu tun, markieren Sie den Text, zum Beispiel den ersten Satz, die Zukunft vorherzusagen ist ein alter Traum der Menschheit. Und wenn Sie diesen Text markiert haben, kommt etwas hinzu, was durch Hypothesis in diese Webseite eingebunden wird, nämlich die Möglichkeit die markierte Textstelle zu annotieren. Klicken Sie jetzt auf Annotate, dann fährt das Paneel erneut heraus und hier unten können Sie dann in das Formularfeld Ihre entsprechenden Gedanken oder Fragen zu der markierten Textstelle formulieren. Beispielsweise könnte ich als Lehrender jetzt fragen, für diejenigen, die mit mir zusammen den Text lesen, in welcher alten Literatur kommt dieser Traum vor? So, das könnte eine Frage sein, mit der ich meine Studierenden oder Lernenden herausfordern möchte, aber es muss nicht nur in dieser Richtung gehen. Natürlich haben die Studierenden oder Lernenden oder Lesenden oder mit wem auch immer Sie hier diesen Text bearbeiten wollen, eigene Gedanken. Und diese Gedanken lassen sich in diesem Formularfeld formulieren. Beispielsweise auch durch das Einbinden von Bildern oder das Verlinken zu anderen Webseiten, sodass eigentlich hier ein sehr assoziativer Fluss in Gang kommen kann. Eine neue Ebene auf dem Text, in der alle, die das lesen, verschiedene Impulse geben können und es nicht immer nur bei Fragen bleiben muss, wie ich sie jetzt hier als Beispiel formuliert habe. Um diese Eingabe abzuschließen, klicken Sie unten auf den Button Post to Public. Das ist in diesem Beispiel die einfachste Möglichkeit, Ihren Gedanken mit diesem Text zu verbinden. Damit wird jeder, der diese Webseite über Hypothesis aufsucht, Ihren Gedanken, der an dieser Stelle verankert wurde, wieder sehen und kann sich an der Diskussion beteiligen. Das ist also eine sehr öffentliche Ebene der Diskussion. Ich schließe diesen Vorgang mal ab mit einem Klick auf Post to Public und daraufhin sehen Sie hier unten, dass dieser Beitrag übernommen wurde mit der entsprechend markierten Textstelle. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Dashboard, da wo man sehen kann, was wer annotiert hat. Und das lässt sich von hier aus sehr einfach erledigen über einen Klick auf den Avatar-File rechts oben und auf Ihren Benutzernamen, der Sie nun zurückbringt auf die Ansicht, von der wir gestartet sind. Hier sehen Sie, dass zu dem User Peter779, der ich jetzt hier gerade bin, eine Annotation gemacht wurde und Sie sehen das, was wir gerade gemacht haben, hier wieder. Sie können von hier ausgehend diese Annotation wieder im Kontext angucken. Sie sehen auch, auf welcher URL diese Annotation untergebracht wurde und Sie sehen möglicherweise auch Antworten, die darauf stattgefunden haben. Das möchte ich nochmal zeigen, indem ich nochmal zurückgehe. Der Tab ist noch geöffnet. Das heißt, jemand anders, der jetzt auf diese Seite kommt und Ihre Frage oder Ihren Gedanken sieht, kann jetzt über diesen Pfeil, der Antworten bedeutet, hierzu eine Antwort schreiben. So dass über diesen Mechanismus von, man markiert einen Text, annotiert ihn und andere Antworten darauf, eine Diskussion oder ein Assoziationsfluss in Gang kommen kann, der sehr spannend sein kann. Die Bedingung ist natürlich, dass jemand den Anfang macht und dass die anderen Lust haben, darauf einzugehen. In diesem kurzen Ablauf habe ich die Grundlagen gezeigt von dem, was Sie in Hypothesis grundsätzlich tun. Es gibt darüber hinausgehend noch viele weitere Möglichkeiten, wie Sie damit arbeiten können, aber das wird möglicherweise in den Tutorials von Hypothesis deutlich oder in zukünftigen Screencasts. Vielleicht ist es anfangs ungewohnt, mit anderen Menschen zu diskutieren, die man nicht kennt. Aber seien Sie mutig und probieren Sie es aus. Annotieren Sie selbst eine Textstelle mit einem Gedanken oder einem Argument und antworten Sie anderen auf deren Annotation. So kommt die Diskussion in Gang.